Wir hören jetzt Malik Thayer, Product Owner für Online Produkte und Services von der Nürnberger IvoX GmbH und Jürgen Wüst, Director Sales von der CGK und die beiden haben uns einen Beitrag mitgebracht. Einmal neu, schlau und agil, bitte, heißt der. Aufbau eines Direktvertriebs bei der Nürnberger IvoX. Ich hoffe, ich habe das richtig gesagt. Sie können das gleich nochmal korrigieren. Das klingt natürlich nach einem spannenden Thema, einen Direktversicherer aufzubauen und das schnell und agil und einmal ganz neu. Und jetzt haben Sie zusätzlich noch die Herausforderung, das auch noch in nur 25 Minuten zu verpacken. Wir sind ganz gespannt, wie Ihnen das gelingt, dass Ihnen das gelingt. Davon bin ich überzeugt. Sie haben das Wort, bitte sehr. Genau. Auch für uns nochmal herzlichen Dank für die Zeit, dass Sie alle da geblieben sind zum letzten Beitrag. Das Spannende ist eigentlich, was der Malik erzählt, dass wir sagen, wir als CGK konnten die Nürnberger, sprich die IvoX unterstützen, ihr Projekt erfolgreich zu gestalten in diversen Rollen. Aber warum, an was wir für Scheidewege standen und wie weiter entschieden wurde, das kann Ihnen der Malik jetzt endlich in den nächsten Folien mal darstellen. Bei Fragen einfach in Chat bitte oder wir stehen auch danach noch zur Verfügung. Genau. Und dann an der Stelle vielen Dank, Jürgen, für die kurze Vorstellung. Auch hallo von mir in die Runde. Malik Teje, mein Name, wie schon angesprochen, Product Owner bei der Nürnberger IvoX GmbH. Das heißt, ein bisschen deutscher ausgesprochen, als der Kollege gemacht hat. Genau. Und ja, ich würde Ihnen, wie gesagt, ganz gerne einfach mal vorstellen, was wir denn so machen. Also erstmal, wer, was ist eigentlich die IvoX? So bekannt sind wir noch nicht. Also die IvoX ist eine Tochtergesellschaft der Nürnberger Versicherung mit dem Ziel, den Direktvertrieb der Nürnberger voranzutreiben. Die Nürnberger Versicherer, der eher klassisch im Vermittlergeschäft tätig ist, kaum bis sehr wenig Direktvertrieb macht. Und das strategische Ziel ist eben genau das zu ändern. Und weil man der Meinung war, okay, innerhalb der Nürnberger mit den herrschenden Strukturen etc. schafft man das nicht, macht man das eben durch eine Tochtergesellschaft. Die Kollegen von der CGK haben das Ganze dann eben technisch, IT-technisch unterstützt. Denn was man hier eben machen wollte oder macht, ist eben nicht nur den Direktvertrieb aufbauen, sondern tatsächlich aus meiner Sicht in Short-Tech gründen, dass die auch eine komplett neue, parallele IT dazu aufbaut. Ob man das jetzt so bewusst gemacht hat oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber im Rahmen dessen haben wir eben sehr, sehr viel Technik gemacht. Das heißt, was die IWOX macht, ist im Kern Produkte aus dem Bereich Einkommenssicherung vertreiben und gemeinsam mit der Nürnberger entwickeln. Gemeinsam mit der Nürnberger, weil die IWOX eben kein eigener Versicherer ist, sondern tatsächlich eigentlich nur eine Vertriebsgesellschaft. Ich glaube, ein Generalagent von der Unternehmensstruktur selbst. Das heißt, alles, was wir an Produkten vertreiben, vertreiben wir unter der Marke Nürnberger, sind Produkte der Nürnberger, die von der Nürnberger entwickelt werden. Vertriebstechnisch liegt der Fokus auf dem Online-Vertrieb. Das heißt, klassisches Performance-Marketing, klassische Online-Antragsschrecken unterstützt dich durch In- und Outbound-Telefonie, damit wir eben Kunden, die eben vielleicht doch mal mit Menschen sprechen wollen, Rückfragen haben, Sachen, die ein bisschen komplizierter sind, die eben dabei unterstützen können. Was aus meiner Sicht fachlich der große Mehrwert ist, dass wir tatsächlich versuchen, nicht nur versuchen, sondern praktisch die manuellen Prozesse absolut zu minimieren. Das heißt, bei uns ist die komplette Risikoprüfung für alle Produkte im Lebensversicherungsbereich komplett automatisiert. Der Kunde kriegt online immer eine sofortige Aussage, ist er versicherbar, ist er nicht, muss er Aufschläge zahlen, wie hoch, etc. Und die gesamte Kommunikation zum Kunden selbst ist 100% papierlos. Die IWOX selbst verschickt nie einen Brief an den Kunden. Alles läuft bei uns über unser Kundenportal oder über E-Mail oder über andere Kanäle. Und das Spannende ist, als man das aufgebaut hat, war eben, dass man sich bewusst dafür entschieden hat, das nicht innerhalb der IT-Infrastruktur in Nürnberger zu machen, sondern zu sagen, okay, die Nürnberger hat gerade intern genug andere Projekte, die die IT binden. Dazu gehört mehrere neue Bestandsführungssysteme, also genereller Refresh der gesamten Infrastruktur. Und was man mit der IWOX machen wollte, war parallel dazu von der IT nicht zu stemmen. Und aus dem Grund hat man gesagt, okay, man führt ein neues Bestandssystem ein, was sehr, sehr leichtgewichtig ist. Das Ganze nennt sich Liveware von der Firma SquareLife. Und davor schaltet man für die ganzen verschiedenen Vertriebskanäle, die man aufbauen will, einfach wirklich neue Software, eigenentwickelte Software komplett losgelöst von dem, was die Nürnberger heute schon hatte. Alles Cloud-basiert in der Azure Cloud, Middleware mit Java geschrieben, das Ganze sind Angular Frontends, das Ganze technisch, ich würde jetzt mal fast sagen, State of the Art, das heißt, wir haben komplett automatisiertes CICD, komplett automatisierte Tests. Das alles ist im Grunde genau das, was man so, sagen wir mal so 2020 gerne an Software hätte. Das heißt, auf der Ebene ist man relativ gut. Das ist aber eigentlich gar nicht das, was ich heute so groß erzählen möchte, sondern mein Fokus liegt eigentlich darauf, was noch nicht ganz so gut ist und wo tatsächlich die Probleme beim Aufbau des Ganzen stattgefunden haben. Und es beginnt damit, dass man eben gesagt hat, okay, wir entwickeln eigentlich nicht Software agil, sondern auch die Produkte agil. Das heißt, die Produkte, die wir vertreiben, werden im Grunde parallel mit der Entwicklung der Strecken, Strecken des Kundenportals, des Bestandssystems auch erst dazu entwickelt. Und der Plan dahinter war, dadurch, dass man eben keinen neuen Versichere gründet, dass das alles Produkte der Nürnberger sind. Sprich, die Produktentwickler der Nürnberger setzen sich gemeinsam mit der Mathematik der Nürnberger und der Rechtsabteilung der Nürnberger und im Grunde die Leute, die heute schon da sind und seit 20 Jahren Produkte für die Nürnberger, für den Vermittlermarkt entwickeln, entwickeln jetzt eben mal Produkte für den Online-Markt, weil da jetzt die EvoX existiert und weil man da einen Vertrieb hat und man setzt diesen Vertrieb mit der, sagen wir mal, klassischen Produktentwicklung zusammen und dann kommen da eben geile Online-Produkte raus. Und die Vorstellung war eben genau diese, das geht jetzt rasend schnell, weil das ist jetzt sehr agil, also wir machen das irgendwie iterativ, es gibt sowas ähnliches wie Sprints und dann wird das richtig geil. Und was sich dann herausgestellt hat, ist, dass das in der Realität gar nicht so schnell ging, wie man sich das hofft hat, aus dem einfachen Grund, dass wenn man die gleichen Leute hat, die im Grunde das machen, was sie schon immer machen, ändert das einfach am Ergebnis nichts. Das heißt, die Produktentwicklung selbst, die Entwicklung des Versicherungsproduktes, ist bei weitem nicht so schnell wie das, was wir in der IT tatsächlich vorlegen können und wollen und später ein paar Worte dazu, wie wir das tatsächlich aufgebrochen haben, weil jetzt seit zwei Jahren macht man das Ganze und mittlerweile sind wir da um einiges schneller, als wir es zu Beginn waren. Generell ein anderes, was heißt ein anderes Problem, ein anderer Punkt, den ich ansprechen möchte, die Art und Weise, wie Entscheidungen getroffen werden. Also die Vorstellung hier war im Grunde die, man hat jetzt ein Team, das sich zusammensetzt aus verschiedensten Bereichen, die jetzt eben diese Produkte agil entwickeln sollen. Und im Rahmen von so einer Produktentwicklung sind natürlich Entscheidungen zu treffen, wie genau sieht das Produkt aus, haben wir verschiedene Module, welche Leistungen sind genau drin, welche Leistungsauslöser, also alles, was man in Produktentwicklung eben macht. Problem an der Stelle, dass die Leute, die genau das tun, dummerweise in den letzten Jahrzehnten nie gelernt haben, wie man Entscheidungen trifft oder dass sie Entscheidungen treffen dürfen. Das heißt, die Erwartungshaltung seines Managements war, dieses Team, das man da zusammengewürfelt hat, setzt sich hin und entwickelt halt in drei Monaten das komplett fertige Produkt mit allem, was dazugehört und alle Entscheidungen, die auf dem Weg zu treffen sind, trifft dieses Team. Was sich tatsächlich dargestellt hat, ist einfach das Folgende, dieses Team trifft sich, stößt auf ein Problem, diskutiert das intern, ist nicht entscheidungsfähig, geht dann auseinander und jeder Teilnehmer spricht dann im Grunde mit seinen Vorgesetzten, mit seinen Teams im Hintergrund, diskutiert das Thema und man trifft eine Woche später wieder zusammen, kommt zusammen, präsentiert die Ergebnisse von Diskussionen anderer Leute, merkt, dass die Ergebnisse nicht zusammenpassen und geht wieder auseinander. Und das war aber dann so zwei, drei, vier, fünf Mal hin und her, bis man dann tatsächlich eine Entscheidung hat. Das heißt, diese wahnsinnig schnellen Entscheidungen, die man sich erhofft, um eben die Geschwindigkeit, die man anstrebt, zu erreichen, das war vollkommen utopisch, einfach weil die Leute nie gelernt hatten, wie man Entscheidungen trifft, dass man Entscheidungen treffen darf und auch die Organisation selbst es nicht gewohnt war. Die Nürnberger ist nun mal ein bisschen alt gewachsen, noch sehr hierarchisch und das musste man dann tatsächlich massiv aufbrechen und später ein bisschen was dazu, wie wir das gemacht haben. Anderes Problem, die Kollegen Richter und Aschoff hatten es angesprochen, Priorisierung. Aus meiner Sicht ein elementarer Teil von agiler Softwareentwicklung, aber auch generell agiler Entwicklung, gar nicht aufs Beispiel beschrieben. Man muss halt irgendwann priorisieren. Das heißt, auch hier haben wir immer gestartet mit dem Plan von dem hier sinnbildlichen großen Blumenstrauß, wo halt alles drin ist. Das Nonplusultra-Produkt mit 100.000 Varianten und einem Kundenportal, das alles kann und alles komplett digitalisiert und alles automatisiert. Die Erwartungshaltung war dann natürlich, dass man genau diesen Plan, den man irgendwie im stillen Kämmerchen gemacht hat, dann tatsächlich auch innerhalb von drei Monaten umsetzen kann. Ergebnis war leider nicht so, wie hier angesteuert, genau das, sondern was wir dann eben gemacht haben, ist mit dem Kollegen mal darüber zu sprechen, was denn eigentlich Priorisierung heißt und was Agilität bedeutet. Und dass Priorisierung in einem agilen Kontext nicht heißt, was machen wir und was machen wir nicht, sondern was machen wir zuerst und was machen wir gegebenenfalls danach. Und sollten neue Themen hinzukommen, kann es dann durchaus sein, dass mal Sachen runterfallen, die man dann vielleicht nicht umsetzt. Das ist dann aber tatsächlich einfach so, wie ich mir Priorisierung vorstelle. Das heißt, da muss man dann auch relativ hart reinkrätschen und gegenstimmen. Andere Punkte, an denen wir waren, dass man sich relativ früh dazu entschieden hat, das erste Produkt, das wir entwickeln, tatsächlich online zu vertreiben. Weil online eben hip ist, online das ist, womit man bisher am wenigsten Erfahrung hatte. Das heißt, man hat sich ein erstes Produkt überlegt, das war eine Grundfähigkeitsversicherung und hat eben die in einer Online-Antragsstrecke den Endpunkt zur Verfügung gestellt. Die Erwartung, Haltung war einfach, ich vereinfache es mal, dass das Geld praktisch durch die Haustür reinregnet, weil jetzt ist man auch online und alle wollen ja online. Realität an der Stelle war, dass das nicht ganz so einfach ist, denn online verkauft sich das gut, was Leute kennen, was Leute verstehen und Grundfähigkeitsversicherungen sind jetzt nicht so das gängigste Versicherungsprodukt auf dem Markt. Das heißt, hier musste man relativ schnell merken, dass das Produkt selbst an sich gut ist, aber der Vertriebsarm, mit dem man begonnen hat, vielleicht nicht die richtige Wahl war, sondern man hier vielleicht mit einem stärkeren Fokus auf einer Telefonie, auf einer Beratung am Telefon sehr viel mehr Erfolg gehabt hätte und hatte eben gemerkt, okay, diesen Plan, den man hatte, ist nicht ganz aufgegangen. Und ein anderes Learning, das ich jetzt aus der Entwicklung heraus immer ganz spannend fand, dass die Vorstellung von agiler Entwicklung tatsächlich bedeutet, die Leute kleben hier irgendwie Zettel an die Wand und es läuft alles und vor allem die Entwicklung steht immer gewähr bei Fuß. Das heißt, egal welche Idee ich habe, egal zu welchem Zeitpunkt ich diese Idee habe, selbst einen Tag nach dem Sprintwechsel, einen Tag nach der Planung, kann ich eben kommen und sagen, aber eigentlich wollen wir jetzt was ganz anderes haben und da mussten wir relativ schnell lernen und gegensteuern, um zu sagen, nee, auch Agilität hat gewisse Regeln, an die man sich halten sollte. Das heißt, man kann gerne umpriorisieren, ich kann es aber nicht innerhalb einer Iteration oder ich sollte es nicht innerhalb einer Iteration und wichtig heißt, oder für mich ein wichtiger Aspekt, der mir herausarbeiten muss, wenn etwas sechs Wochen braucht, um fachlich konzipiert zu werden oder ich sechs Wochen brauche, um eine fachliche Entscheidung zu treffen, kann die Erwartungshaltung nicht sein, dass die IT das dann innerhalb von zwei Tagen umsetzt, weil, naja, Dinge brauchen nur ihre Zeit und müssen auch dort umgedacht werden. Jetzt habe ich relativ viel erzählt, was so die Probleme waren, was schwierig ist, was nicht funktioniert hat, etc. Die Frage ist, warum hören Sie sich das an? Will ich mich hier nur ein bisschen darüber auslassen, dass alles nicht funktioniert? Nee, eigentlich will ich den Fokus darauf setzen, was ist eigentlich das, was wir über die letzten zwei Jahre gelernt haben, was man machen muss, um tatsächlich agile Produktentwicklung zu machen. Agile Produktentwicklung heißt für mich eben an der Stelle nicht agile Softwareentwicklung, das ist ein Teil dessen, sondern tatsächlich ein Produkt, ein Versicherungsprodukt und alles, was dazu gehört, agil zu entwickeln und agil umzusetzen. Das allererste, wo ich mal die Lanze brechen will, ist für das gute alte Handwerkszeug, Dinge, die man schon seit langer, langer Zeit gemacht hat und auch weiter. Das heißt jetzt nicht, ich schreibe ein 200 Seiten Fachkonzept, sondern ich muss verstehen, was ich tue und ich muss dieses Verständnis in Richtung der Leute bringen, die es umzusetzen haben. Das ist ein kleiner Auszug von einem Fachmodell, das ich mir erzeugt habe, um im Grunde meinem Entwicklungsteam zu erklären, was wir da eigentlich verkaufen, wie Versicherungsprodukte funktionieren, was alles zum Vertrag gehören, etc. Und ich habe das gemacht bei dem zweiten Produkt, das wir entwickelt haben. Beim ersten bin ich erst dazugekommen, da war das Schiff im Grunde schon abgefahren, das war so eine Woche vor dem GoLive habe ich das Unternehmen betreten, habe mir dann zwei Monate angehört, wie das bisher gelaufen ist und als dann die Entwicklung des zweiten Produktes losgegangen ist, habe ich im Grunde damit begonnen. Und das interessante Feedback war, das ist sehr, sehr spannend, das hätten wir uns damals auch gewünscht und auf meine Frage, was denn damals die Vorbereitung war für das erste Produkt war, ja, im Grunde hat man gestartet und wusste noch gar nicht, was man verkaufen will und O-Ton, was man ihnen gesagt hat vor der ersten Iteration, also wir wissen noch nicht, welches Produkt es wird, aber es gibt ganz bestimmt irgendwie Personendaten, also fangt mal an und baut eine Seite, wo ich Personendaten eingeben kann. Und das Ganze sollte dann im Ergebnis eine skalierbare technische Plattform sein, die ich beliebig erweitern kann und das funktioniert halt aus meiner Erfahrung nicht, wenn ich einfach irgendwo starte, ohne zu wissen, was das große Ganze ist. Das ist hier einfach die Lanze dafür, die Dinge, die man in der Softwareentwicklung früher gemacht hat, nehmen, eine saubere Analyse, gut durchdenken, ein Fachmodell, einen Plan haben, eine grobe Architektur haben, sind Sachen, die man auch heute noch machen kann. Was man auf der Fachseite machen kann, ist aus meiner Sicht diesen Gedanken von Cross-Functional Teams, das, was gerade Scrum immer so nach oben hält oder Agile im Allgemeinen nach oben hält. Wenn ich ein Team habe, das etwas macht, muss dieses Team mit allen Leuten besetzt sein, die tatsächlich notwendig sind, um dieses Produkt zu entwickeln. Eine Produktentwicklung selbst hat das dazu geführt, dass wir tatsächlich aus jedem Bereich der Nürnberger oder aus fast allen Bereichen der Nürnberger einen Vertreter als Teil des Produktentwicklungsteams hatten. Das heißt, wir hatten die Produktentwicklung, die Mathematik, Recht, Vertrieb, Underwriting, Schlag mich tot, ein, was notwendig ist, als festen Teambestandteil, um dieses Produkt zu entwickeln. Und man hat diesem Team tatsächlich dann auch im zweiten Produkt explizit die Entscheidungshoheit gegeben in einem gewissen Rahmen und gesagt hat, okay, alle Entscheidungen, die unterhalb dieses Härtegrades liegen, kann und muss das Team eigenverantwortlich treffen. Es ist keine Rücksprache mit irgendeinem Lenkungsausschuss oder sonst was notwendig. Dieses Team darf diese Entscheidungen treffen und man lebt mit dem Ergebnis. Und aus meiner Sicht ist das tatsächlich das, was uns am meisten Geschwindigkeit gebracht hat, weil wir eben nicht mehr diesen Jojo-Effekt hatten, dass alle beteiligten Leute immer nur ständig weggelaufen sind, um mit anderen Leuten zu reden und uns dann die Meinung anderer Leute zu bringen. Und was ich persönlich am wichtigsten finde, ist tatsächlich eine Chance zu nutzen, die Agilität bringt, nämlich aus den Dingen, die man macht, lehren zu ziehen. Ich hatte es vorhin erzählt, das erste Produkt hat sich nicht ganz so verkauft, wie man möchte. Was man aber gelernt hat aus dem Ganzen ist eben, okay, wie entwickle ich eigentlich agil ein Versicherungsprodukt? Was man daraus gelernt hat, ist, wie funktioniert denn Online-Vertrieb tatsächlich? Was muss ich an der Stelle machen, damit das Ganze funktioniert? Man hat gelernt, wie vertreibe ich ein Produkt online tatsächlich richtig? Was muss ich dort machen? Und man hat gelernt, dass reiner Online-Vertrieb bei gerade Lebensversicherungsprodukten gar nicht so trivial ist, wie man sich das vorstellt. Und all diese Lernen hat man dann in der zweiten Produkt... Kurz ein Hinweis, Sie haben noch zehn Minuten, ja? Ich weiß bestimmt. Okay, interessant. Wunderbar, danke schön. Das heißt, das war aus meiner Sicht tatsächlich das elementare Learning, dass man eben nach dem ersten Produkt sich die Zeit genommen hat, wirklich zurückzublicken, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert und was ändere ich in der, ich nenne es jetzt mal Projektorganisation, auch wenn es vielleicht das falsche Wort ist, um da hinzukommen. Das heißt, was man gemacht hat, ist, das Produktentwicklungsteam anders zu stuffen, Entscheidungshoheiten zu schaffen, mal wirklich darüber zu sprechen, wie man eigentlich priorisieren muss, um zu einem sauberen Ergebnis zu kommen. Und diese Dinge haben tatsächlich dabei geholfen, am Ende tatsächlich eine agile Produktentwicklung parallel zu der Umsetzung von allem, was ich vorhin beschrieben habe, hinzukriegen. Und das ist aus meiner Sicht tatsächlich der Kern des Ganzen und der Kern von Agilität. Und das wollte ich im Grunde an der Stelle einfach kurz mitgeben. Und würde an der Stelle dann kurz zum Jürgen weitergeben. Der wollte nämlich noch ein paar Sachen zu CgK sagen und dann freue ich mich auf eine kurze Diskussion zu dem Thema. Genau, Malek, vielen Dank. Für uns als CgK war das extrem wichtig, in so einem spannenden Projekt irgendwo mal tätig zu sein. Die Lernkurven, die wir da zusammen im Team mit Nürnberger, mit EvoX, mit den ganzen Beteiligten machten, gerade auch für uns als IT-Dienstleister, waren extrem gut. Ich glaube, so oft bekommt man nicht die Möglichkeit, von Scratch auf solche Sachen zu umzusetzen, die Zeit zu bekommen, die Freiheiten zu bekommen. Das haben wir gemacht. Wir als CgK, Sie sehen ein paar Folien von uns, zu sagen, das sind wir als Firma. Malek, kannst du noch mal klicken, bitte? Natürlich. Danke, wenn es geht. Bitte noch mal. Und wir eben konnten als Partner mit entsprechenden Versicherungs-Know-how, Malek, wenn du einfach noch mal klicken würdest, ich habe nicht die Hoheit über den Schirm, konnten wir eigentlich unsere Expertise damit als Partner ins Spiel bringen und konnten einfach die Ideen, die da sind, mit umsetzen, konnten unseren Beitrag dazu mit leisten, in der Art und Weise, die jetzt hier ist. Aber man muss sagen, das Team war das Entscheidende, die Zusammenspiele zwischen den ganzen Parteien. Das hat sich auch, im Endeffekt ist das richtig zusammengewachsen. Und durch diesen Teamspirit, der da entstanden ist, von allen Beteiligten, muss man sagen, ist auch diese extreme Performance-Steigerung, von die wir damals gesprochen haben, durch die Skalierung nach oben entstanden. Aber wenn man jetzt sieht, wie schnell man ist, wie professionell man hier die Sachen umsetzt, die vorgegeben werden im Team, weil halt jeder seinen Weg und seinen Platz gefunden hat, muss man sagen, ist das eigentlich eine sehr, sehr spannende Geschichte und die sicherlich noch nicht zu Ende ist. Das waren eigentlich so die Punkte von uns, einfach mal zum Thema Insurance, CGK und Nürnberg. Aber entscheidend ist der Malik als Hauptakteur hier. Ich denke, wir werden für Fragen offen, wenn Sie welche haben. Herr Taillier, Herr Wüst, vielen Dank für den Beitrag und für die Möglichkeit, dass wir uns vertraut machen könnten mit dem Aufbau des Direktversicherers und den Erfahrungen, die Sie hier gesammelt haben. Genau. Wie ist denn das? Also es ging jetzt vor allem um das Thema jetzt, wie entkoppeln Sie sich sozusagen von der Mutter? Wie kann man jetzt durch das Befreien von alten Strukturen eben auch Neues ermöglichen? Gibt es denn auch so einen Rückstrahleffekt in die Nürnberger hinein, dass man jetzt irgendwie sich das anguckt, was sie da tun und versucht, da vielleicht auch ein bisschen was sich abzugucken und vielleicht dann auch in einem großen Haus zu verwenden? Die Ansätze gibt es durchaus, aber das ist tatsächlich für mich gar nicht so der Fokus. Also anders als die Kollegen Richter und Aschhoff, die tatsächlich das Ziel hatten, dieses agile Arbeiten in Nürnberger zu tragen, ist tatsächlich das Ziel, das wir haben, ein bisschen simpler. Wir sollen erst mal Geschäft machen und wenn das Ganze funktioniert, gehe ich davon aus, dass genau das abstrahlen wird. Ich meine, was wir haben, ist eben einfach den, sag mal so den klassischen Fachbereichen ein bisschen zu zeigen, wie agiles Arbeiten funktionieren würde, welche Vorteile man an das Ganze hat und das hat hundertprozentig auf das Auswirkende und darauf, wie die arbeiten. Aber tatsächlich aus der Sicht der EWOX ist das Ziel keine agile Transformation, sondern einfach neue Produkte in Kooperation mit Nürnberger entwickeln und diese vertreiben und möglichst viel Geschäft machen. Dementsprechend ist das im Moment nicht der Fokus, aber ich gehe ganz schwer davon aus, dass es in zwei, drei Jahren anders sein wird, vorausgesetzt das, was wir haben, hat dann den gewünschten Erfolg. Okay, prima. Vielen Dank.